Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla. Mir ist gerade aufgefallen, einmal will ich den hier besiegen, dann glaube ich hier runter teleportieren, hierhin fahren, den Raubzug machen, wieder hierhin teleportieren, runterfahren, den Raubzug machen, dann den Raubzug machen und dann den Raubzug machen. Ich weiß nicht, ob ich mir dann noch gleichzeitig vielleicht hier das hole, damit wir uns hin teleportieren können. Und hier könnte man sicher teleportieren, überlegen dahin, aber ich denke mal da komme ich ganz gut hin und vielleicht können wir den ja auch nebenbei hier noch besiegen. Ich glaube das war zu stark genau und dann können wir uns hier hoch teleportieren, dahin fahren, dahin und dann machen wir die Mission weiter, weil sonst können wir nichts machen, aber so können wir schon mal extrem viel Raubzüge machen und einnehmen. Hey du, was machst du da? Na komm, ich hab auch kaum Leben ey. Da muss ich gleich gut ausweichen. Ja. 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 Ja, da na. Ja. 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 Hm. Oh. Dein letzter Atemzug. Boom. Easy besiegt. Tatsächlich immer einen guten Start. Jetzt bin ich richtig motiviert. Ein Wurm kroch an. Er riss einen Mann in zwei. Bis wurden neun glorreiche zwei genahm. Ist das ein Gebet? Ein Opfer? Oder der Rest eines Schwurs? Nur ein Zauber, den ich nie beendet habe. Oh gut, dann habe ich zu mit den Namen. Hm. Ich glaube, dann bleibe ich doch lieber beim Schild. Und dann kann ich das ab und zu mal... Wahrscheinlich besser blocken. Ich habe den da unten markiert. Komm, teleportieren wir uns erstmal da und holen uns den noch. Weil je mehr sind von den Orden des Ältesten weg. Und dann gibt es auch noch so ein paar Missionen, die wir wohl machen können. Um rauszufinden, wo... Wie ist der jetzt? What? Wow. Jetzt ist er so weit weg. Ne, danke. Jetzt habe ich eigentlich verwundene Tempo und Angriff von hinten. Okay. Yo. Erstmal dahin, zurück teleportieren und dann runter. Auf den Schwan! Ich kann doch durchmarkieren. Kann ich den wieder abmarkieren? Ja, guck mal hier. Und hier müssen wir Meister im Wölfeln Gasthaus von Buckingham. Hier untersucht das Diffenska Gehöft Nordwässig der Lincolne. Untersucht die feste Diebesnest auf den höchsten Bergen in Glowskassir. Kette der Flussfacht in Ember. Ja. Besiegt. Ja. Das sind so die Dinge, wie wir die erreichen können. Hier können wir nicht sägeln. Musst du da dein Scheiß Team runter machen wahrscheinlich, ne? Ja. Mast legen. Mast legen. Aufstellen. Mast stellen. Hier kannst du dann nicht segeln. Wir können das Segel nicht setzen. Wir können das Segel nicht setzen. Ist das Segel? Wir können das Segel nicht setzen. So. Wir machen das. Nein, doch nicht wegen einem. So wichtig ist mir das Einheit im Dach nicht. Kann ich aber erstmal vielleicht die Quest abklicken. So. Wow. So. Dann. Ein bisschen rutschen noch hier. Dann können wir mal mitnehmen. Da. Genau. Da wollen wir hin. Mal gucken, ob wir überhaupt so viele Plünderungen schaffen. In einer Folge. Gefühlt nicht. Aber mit drei wird schon viel. Oh nein. Das ist es noch nicht. Aber mit so vielen Plündern kann ich dann auch nochmal gut was im Dorf bauen. Was richtig nice wird. Und fest mal. Könnte dann richtig sinnvoll sein. Das Schiff muss auch gleich zum Land ausgerichtet sein. Sonst kannst du nicht Plündern drücken. So. Und das stimmt nicht. Die Stunde. Eine kleine Kräuter für den Weg ist nicht genug. Und das ist ein bisschen mehr. und das gibt es nicht. Ich vermute nicht. Und das stimmt nicht. Heute nähern wir dir. Wenn du die Wölfe und ins Kapitel interessiert hast. Du kannst nicht mehr zu werden... Nein? ...und nicht mehr zu gehen! Nein. Ich arbeite nicht. Nein? 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 sind hier auch kleinigkeiten oder nur die großen dinge ist hier nur die großen dinge angezeigt wahrscheinlich muss ich erstmal da hoch oh scheiße ich wollte zwei drücken alter uah das ist mies und weg ist er guck da ist was goldenes drin danke dafür so da ist auch noch was drin Tür geöffnet und erledigt gut ja Wir haben kein Paradies, nicht gekämpft! Ja! Du bist hier! So! Ich bin tot! Schönes Stück! Ich bin echt in der Strecke! Du wärst super! Oh! Was? 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 Hätte es verdammt, dein Heschen! Ah! Na ja, na... Hey, erstmal aufbrechen! Los! Ich brauche hier Hilfe! Gott liebt mich! Den Typen kann ich immer noch nicht leiden. Ich brauche hier mal Hilfe! So, nochmal mehr Rohmaterial. Vorräte! Sehr schön! So muss ich laufen! Musik Aaaaahhh!!! Huh? Aaaaah!!! Aaaaah! Check! Geh! Geh! Bein sie dich aus! Das wird zu böse. Das Ort ist, der schmettert. Hey, hierher. Ich hau dich extra. Mach das, Joll. Ich schau dir das. Ich habe dich trotter. Das muss ich dir, mein Bruder. Ich schreie ihn, du kannst dich nicht mehr. Über die Bedeutung. Oh Gott. schön in den Schrank reingeprügelt so da ist noch was da ist noch was schön vier Vorräte okay das hätten wir ich kann jetzt die Schnellereise machen so auf zum nächsten na 2 diese folge na wenn das so ist dann ist das halt so in diesem Gewässer müssen wir rudern ja das Segel bleibt noch unten hier können wir nicht segeln alter warum kann ich denn hier nirgendwo segeln in diesem Gewässer müssen wir rudern das Segel ist jetzt bereit ok jetzt ist es bereit ne leck mich doch Segel einholen aber warum warum Segel eigentlich nur weil man irgendwo hingeblieben ist was scheiße da kommt auch eine Brücke den Mast legen den Mast legen da vorne geht es zur Plünderung da kommt schon da kommt schon ja 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 okay 39 wird sich die ganze zeit schaden jetzt sehe ich aber wissen wie das mit dem hammer ist bisschen höher es ist egal ob ich hammer oder dings habe dann habe ich lieber gleich was zum blocken weg bist du so schon was ich schaffe das nicht allein ja komm her so hier sind noch drei weitere das ist ja mega 20 hochmaterial geht das jetzt nicht gerade viel hau her ne banner her Ja, die Klappe. So und jetzt aufbrechen hier. Na ein paar Pfeile abgekriegt, ja. Okay, also hier sind fast mehr Vorräter als Rohmaterial. Jetzt stirbst du. Du willst mich nicht los. Tja, muss ich auch gar nicht so lange loswerden. Ich geh jetzt ja von selber. Okay, da ist alles drin. Hopp und um. Nein. Kommt, Brüder, der enden wir's. Nein. Ich weise dich aus. Hallo, ich hab da gedrückt. Nein. 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 mein gott war die nervig geht alles rein ja komm hilf ich brauche unterstützung Geh auf, du Nachdenkuhl! Wir haben zu! Genug jetzt! Erinnerst du dich an Bragi's Doppelstoß? Das war ein ziemlich guter Stoß. Ach nee. Wie kommst du da drauf? Was ist denn los? Ich brauche hier mal Hilfe! Wir sind weg! Okay. Da ist noch eine... Dings hier. Die muss ich mir noch holen. Jetzt hier durch. Kommt schon. Was ist denn da los? Wir müssen es weiter unter Silber gehen. Sehr schön. So. So. Ein bisschen mehr Rohmaterial wäre schon nicht schlecht gewesen. Oh, jetzt nur plus 20. Aber naja, so ist das halt. So, jetzt holen wir uns noch die Maske. Hier. Das kann der hier halt auch immer. So. So. Römsches hat der Fakt. Tja. Ich glaube immer Level Up. Kann ich mich einfach zum Schiff zu teleportieren? Jawoll. Ja und damit würde ich mich glaube ich auch von dieser Folge verabschieden. Ich hoffe sie hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne Bewertungen da lassen. Ansonsten gerne mich supporten, indem ihr den Kanal abonniert. Und natürlich die Glocke solltet ihr nicht vergessen, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Also. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein!